Frisch. Fass auf! Von der Länge her! Fass auf! Genau! Schöner Rückenkopf! Boah! Für den Korken muss ein bisschen... Fährte alleine, ein bisschen größer! Nein, sieht doch besser aus. Gut? So, jetzt rollen wir gucken. 1, 2, 3. Du hast übrigens ein Ladeport auf, Jan. Oh ja, das kann man abgeladen. Danke. Wenn ihr da drauf geht, das ist auch mit vier Rutschen. Das war ja gestern, der Börn war jetzt gerade eine Woche mit dem Rockenberg fahren. Auf der Insel macht das Freibad auf. Ja, wir werden sehr breite Formen. Ich kann mal vom Circo was essen. Ja, das soll machen und dazu kann man schauen. Wieso? Schon davon kommen? Ja, ja, ja. Das ist ein komplette Rampel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Und jetzt so schön zurückkommen, wie er jetzt der Rollerfahrt oder den Gewinn kommt. Julian, du bist Nummer 492 bei mir. Ich glaube, du bist Nummer 400. Kurz, hier geht es lang, kurz, hier geht es lang, wo alles nicht klappt ist. Wenn man kann, wenn man nicht klappt, wenn man nicht klappt. Ich habe gerade die Kirche rutscht. Ja, da rutscht es in die Kirche, die auch hinter uns bleibt. ! Ja. Jan, geh den mal eben holen, bitte. Wie ist denn hin, Alter? Wie ist denn hin, Alter?